Musik Herzlich Willkommen zum den nominierten Abend zum 68. Deutschen Filmpreis. BMW auf die nächsten Jahre für euch dabei ist. Herzlich Willkommen beim Lola Festival, unserem Countdown zum Deutschen Filmpreis. Wie kann man Filme anders erzählen? Es gibt schon ein Drehbuch, was nicht aussieht wie ein Drehbuch. Das ist toll an diesem Deutschen Filmpreis, überhaupt, dieser Dialog. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Den Deutschen Filmpreis 2018! Dankeschön! Danke. Bist du Papa oder bist du bald Papa? Ach Himmel, geh rein, wir machen das hier alle! Ich bin so glücklich! Haku, mein Freund. Wahrscheinlich ist das der glücklichste Augenblick meines Lebens. Vielen Dank an die Akademie, dass ihr einer Komödie eine Lola gibt! Was für ein Abend! hier oben verrückt. Wie gut das Aventu遊 land meglio das Problem dziehmminde! Römer rückt! Und es wird alles zuerst! Und es gibt alles zuerst! In der Produkte auf dieُpoidsent farte основliche Leistung. Oh an auchераbat. Ja, das war das Aventuade. Und gleichbeizt ja. Untertitelung des ZDF, 2020